Willkommen zu Monis magischen Adventszeit und zu Türchen Nummer 2. Und das muss ich euch live demonstrieren im Harrington. Denn im Harrington über den Kassen habt ihr eine Kuppel und wenn eine Person auf der einen Seite steht und die andere auf der gegenüberliegenden Seite, könnt ihr euch durch dieses Echo der Kuppel hören und miteinander kommunizieren. Und das werden jetzt Niki und ich testen. Niki, kannst du mich hören? Ich kann dich super hören. Wie geht es dir denn heute? Wie findest du denn die Weihnachtsdeko? Ich finde die Weihnachtsdeko sehr schön. Bisschen wund, aber sehr schön. Und wie findest du den Tag heute mit mir? Der Tag mit dir ist auch sehr schön. So, ich hoffe ihr habt Niki auf der anderen Seite der Kuppel gehört. Wink mal. Da seht ihr sie. Also könnt ihr auch mal testen, wenn ihr hier im Harrington seid. Natürlich bewundert ihr auch die schöne Kuppel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020